Was hat sich ein Viertel aller Menschen weniger bewegt als in der Zeit vor Corona? Und zum anderen haben wir auch Effekte bei den Berufstätigen festgestellt. Die Effekte lauten, dass man natürlich den Arbeitsweg nicht mehr hat, wenn man im Homeoffice ist, aber auch interessanterweise, dass man nicht die Zeit gefunden hat, sich zu Hause zu bewegen, dass man keine Motivation gefunden hat und dass es teilweise auch an Raum fehlt, sich zu Hause zu bewegen. Insgesamt eine eher träge Tätigkeit dann hatte. Wir wissen über Menschen, die sich zu wenig bewegen, dass sie stärker als die anderen Menschen unter Zivilisationskrankheiten leiden, wie zum Beispiel Rückenschmerz. Wir wissen, dass diese Menschen sich auch weniger gesund fühlen als die, die Sport machen, die sich bewegen. Und wir wissen, dass der Hauptgrund, sich weniger zu bewegen, oft das Empfinden ist, dass der Weg zu lang ist im Alltag, mit dem Fahrrad zu Fuß oder dergleichen. Zum einen gibt es 15 Prozent in der Bevölkerung ab 18 Jahren, die sogar sich mehr bewegt haben als in der Zeit vor Corona. Wir haben festgestellt, dass das Thema Rückenschmerz in der Betrachtungsweise des Homeoffice keine Rolle spielt. Wir haben darüber hinaus auch überraschenderweise festgestellt, dass Yoga eine viel größere Rolle für die Aktiven spielt als zum Beispiel Fußball. Und 60 Prozent derjenigen, die sich während der Corona-Pandemie mit Online-Sportangeboten und YouTube-Videos fit gehalten haben, wollen das in Zukunft fortsetzen.